Horoskop für heute, WEDA, 26. August 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Persönlicher Komfort, Schönheit und wertvolle Besitztürmer stehen heute mit dem Mond stärker im Mittelpunkt. Aber selbst mit diesem beständigeren Thema motiviert Sie heute ein Mars-Jeron-Transit. Tatsächlich können Ideen, Medien und Projekte und Aktivitäten mit besonderem Interesse Ihnen bei der Heilung helfen. Es ist eine wichtige Zeit, um anderen durch Ihre Worte oder Führung zu helfen. Sie könnten sich in der Position eines Mentors wiederfinden. Da Ihre besonderen und einzigartigen Qualitäten deutlicher hervortreten, fühlen sich andere sicherlich zu Ihnen hingezogen. Sie sind heute besser in der Lage, Ihre Zuneigung durch Ihre Taten zu zeigen als nur durch Worte, und Sie haben mehr Selbstvertrauen, dies zu tun. Glücklicherweise sind Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit wünschenswerte Eigenschaften, wenn dieser Transit im Spiel ist. Sie könnten entdecken, dass Sie mit einer besonderen Person in Ihrem Leben ähnliche Grundwerte teilen. Bereiten Sie sich darauf vor, Ihre freche Seite zu zeigen. Mit solch einer scharfen Schwingung, die durch den Kosmos heilt, werden Sie der Erste sein, der verspielte Augen macht. Während Merkur in einer retrograden Phase durch die fernen Himmel kreist, zittert er vor Vorfreude am Himmel und schickt eine impulsive SMS an den mächtigen Mars, den roten Planeten des Sex und der Leidenschaft, der Ihr planetarischer Herrscher ist. Dies ist ein ausgezeichneter Moment, um Kontakte zu knüpfen und sich zu bewegen, wenn Sie jemanden Neues kennenlernen möchten oder sich sogar im Online-Dating versuchen möchten. Paare sollten ein paar freche Spiele ausprobieren. Wenn diese beiden Kraftpakete in einem Sextil tanzen, sind alle in ausgelassener Stimmung. Es ist Zeit, nach vorne zu schauen. Frühere Angebote wurden in Ihrem Berufsleben vielleicht nicht geschätzt. Lassen Sie sich dadurch nicht davon abhalten, es noch einmal zu versuchen, denn Mars in Zwillinge steht im Sextil zu Merkur im rückläufigen Löwen und Chiron in Ihrem Zeichen im rückläufigen. Vielleicht haben Sie eine kreative Chance für Ihr Berufsleben im Sinn. Ein leidenschaftliches Projekt könnte in Gang kommen oder eines Ihrer Hobbys könnte zu einer finanziellen Chance werden. Egal, was es ist, es schadet nie, zu sagen, dass Sie dies in Ihrem Berufsfeld verfolgen möchten. Stellen Sie Ihre Leidenschaften vor. Sie sind als gelassene Person bekannt und können normalerweise viel Willenskraft aufbringen, um gesund zu bleiben. Es kann sein, dass Sie das Gefühl haben, mit dem Minimum an Gesundheitspflege auszukommen. Ernährung und Bewegung müssen jedoch mit ernsthafter Absicht in Ihr Leben integriert werden. Versuchen Sie herauszufinden, wie Sie Arbeit und Freizeit am besten in Einklang bringen und wie Sie auf die Bedürfnisse Ihres Körpers hören können. Wenn Sie auf sich selbst achten, bleiben Sie geerdet und können sich den Herausforderungen Ihres aktiven Lebens stellen. An diesem ernsten Tag werden Sie einige Ihrer grundlegendsten Beziehungen infrage stellen. Überlassen Sie heute nichts dem Zufall, mein Lieber. Vor allem werden Ihre Gedanken wirksame Veränderungen bewirken. Die Schwingungen Ihrer Zahl werden Ihnen die Kraft geben, weit vorauszuschauen und den Weg in eine bessere persönliche und berufliche Zukunft klar zu beschreiten. Vor zwei Tagen kehrte der Mond während des letzten vollen Tages der Sonne in einem verspielten und kreativen Teil Ihres Horoskops in den Widder zurück und stellte die Harmonie wieder her, nur wenige Tage nachdem Sie als Vollmond aufeinander geprallt waren. Dies brachte etwas Ordnung zurück und gab Ihnen mehr Selbstvertrauen und Optimismus. Obwohl die Sonne gestern in Ihren Arbeitssektor gewandert ist, bleibt sie in Ihrer Nähe, während der Mond in Ihren Einkommenssektor gewechselt ist und einen freundlichen Aspekt geschaffen hat. Was vor kurzem noch persönlich stärkend war, wirkt sich jetzt positiv auf Einkommen und Beruf aus. Der gestrige Abgang der Sonne aus Ihrem romantischen Sektor hat den Solar vielleicht von Herzensangelegenheiten abgehalten, aber er konnte die Fackel an Merkur weitergeben, der noch weitere 16 Tage hier ist. In rückläufiger Bewegung und ohne direkte Bewegung für weitere fünf Tage, während die Sonne in die Zukunft blickte, hält Merkur die Türen zur Vergangenheit und zu zweiten Chancen offen. Täglicher Planetenüberblick Tut es weh? Da Mars in Zwillinge im Sextil zu Merkur im Löwen steht und Chiron im Widder seinen Einfluss hinzufügt, könnten sich Gespräche heute etwas zärtlicher anfühlen als sonst. Der rückläufige Merkur ist bekannt für seine klassischen Kommunikationspannen, und Sie könnten feststellen, dass entweder sie oder jemand anderes zum falschen Zeitpunkt spricht. Worte, die harmlos gemeint waren, könnten ungeschickt ankommen, sensible Emotionen auslösen oder sogar Missverständnisse auslösen. Wenn Sie sich durch etwas, das jemand sagt, verletzt fühlen oder wenn Sie unbeabsichtigt jemand anderen verletzt haben, zögern Sie nicht, darauf einzugehen. Dies ist Ihre Chance, ehrlich und verletzlich zu sprechen oder sich aufrichtig und würdevoll zu entschuldigen. Wir alle kennen diese Momente, in denen ein Gespräch vom Thema abkommt und wir uns plötzlich fragen, habe ich das gerade wirklich gesagt, oder vielleicht trifft uns jemand mit einem Kommentar zu sehr und wir fühlen uns unerwartet verletzt. Heute ist einer dieser Tage, an denen die Emotionen vielleicht etwas höher schlagen als sonst. Daher ist es wichtig, mit Ruhe und Geduld zu reagieren, selbst wenn andere uns anpüppeln oder provozieren. Wenn Sie sich getäuscht oder verletzt fühlen, achten Sie darauf, wem Sie sich anvertrauen. Es ist leicht, über jedes Wort nachzudenken, aber denken Sie daran, dass nicht jeder Kommentar so ernst genommen werden sollte. Suchen Sie sich Menschen, die ihre Stimmung verstehen und wissen, wie man beruhtsam damit umgeht. Manchmal kann es einen großen Unterschied machen, wie Sie sich fühlen, wenn Sie sich einfach nur ausruhen und einen Schritt zurücktreten. Trotz der sensiblen Energie in der Luft haben die heutigen astrologischen Einflüsse auch eine positive Seite. Wenn Sie Gespräche mit Offenheit und Ehrlichkeit angehen, werden Ihre Worte wahrscheinlich gut aufgenommen. Dies ist der perfekte Zeitpunkt für einen offenen Meinungsaustausch, bei dem sowohl Sie als auch die andere Person sich sicher genug fühlen, um Ihre Bedenken zu äußern. Haben Sie jemals bemerkt, wie befreiend es sich anfühlen kann, alles offen auszusprechen? Wenn Sie Diskussionen mit guten Absichten angehen, neigen die Leute dazu, diese Aufrichtigkeit zur Kenntnis zu nehmen und entsprechend zu reagieren. Es geht darum, Raum für gegenseitiges Verständnis zu schaffen, wobei beide Seiten ein wenig Kritik zulassen, aber mit dem Ziel, zu wachsen und eine Lösung zu finden. Scheuen Sie sich nicht vor dem Feedback, das Sie heute erhalten. Gehen Sie stattdessen ehrlich und mit offenem Herzen damit um. Sie werden vielleicht überrascht sein, wie viel Fortschritt Sie in Ihren Beziehungen machen können, wenn Sie sie mit dieser Art von Authentizität angehen. Möchten Sie in Ihren Beziehungen die Führung übernehmen? Bei dieser Energie geht es auch darum, Ihre Ideen mit anderen zu teilen. Vielleicht möchten Sie die Menschen um Sie herum anleiten und Ihnen die Möglichkeiten aufzeigen, die sich ergeben können, wenn Sie Ihre Erkenntnisse und Perspektiven berücksichtigen. Aber denken Sie daran, dass es bei Führung genauso sehr ums Zuhören wie ums Sprechen geht. Achten Sie darauf, dass Sie auch auf die Wünsche und Ideen anderer eingehen. Nach all dieser kreativen und kollaborativen Energie ist es wichtig, sich einen Moment Zeit für sich selbst zu nehmen. Suchen Sie sich einen ruhigen Ort, um über alles nachzudenken, was Sie in Gang gesetzt haben. Manchmal kommen in diesen ruhigen Momenten der Reflexion die meiste Klarheit und Inspiration ans Licht. Finanziell sieht es gut aus. Sie haben ein Händchen dafür, zu Ihrem Vorteil zu verhandeln, selbst in heiklen Situationen. Wenn Sie gerade mitten in einem Geschäft oder einer Verhandlungsrunde stecken, vertrauen Sie auf Ihre Instinkte, Sie sind gerade sehr gut ausgeprägt. Außerdem eröffnen sich Ihnen weitere Optionen, also zögern Sie nicht, neue Kontakte zu knüpfen oder neue Möglichkeiten zu erkunden. Diese Verbindungen könnten sich später als unglaublich nützlich erweisen und Ihre gesunden Instinkte werden Sie leiten, wenn die Dinge aus dem Ruder laufen. Waren Sie schon einmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort und haben eine Verbindung geknüpft, die sich als genau das herausstellte, was Sie brauchten? Heute könnte genau so ein glücklicher Zufall kommen, also bleiben Sie offen für die Möglichkeiten. Denken Sie beim Navigieren durch die Energien des heutigen Tages daran, dass es in Ordnung ist, empfindlich zu sein. Es ist in Ordnung, die Dinge im Moment etwas persönlicher zu nehmen. Denken Sie aber auch daran, dass Sensibilität die Möglichkeit für tiefere Verbindungen und ein tieferes Verständnis mit sich selbst und anderen mit sich bringt. Wie gehen Sie also mit den heutigen Gesprächen um? Haben Sie sich dabei ertappt, wie Sie schwierige Diskussionen mit Ihren Lieben gemeistert haben, oder waren Sie vielleicht sogar selbst überrascht, wie gut Sie es geschafft haben, angesichts einer Herausforderung ruhig zu bleiben? Lassen Sie uns unsere Erfahrungen teilen, uns gegenseitig unterstützen und mit Anmut und Positivität weiter voranschreiten. Schließlich entstehen die bedeutungsvollsten Verbindungen oft aus Momenten der Verletzlichkeit und Ehrlichkeit. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Vielen Dank.